Ich bin auf der Brenner Autobahn auf dem Weg zu einer Baustelle. Heute läuft es jemals ausnahmsweise Halbwegs. Was wir da allerdings sehen, sind Bilder von der letzten Blockabfertigung. Und es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn in Österreich ein Feiertag ist, wir am nächsten Tag die Autobahn bis in Südtirolerunterland blockiert haben. Das schadet der Südtiroler Wirtschaft, das schadet der Südtiroler Bevölkerung. Und da gilt jetzt anzusetzen, da muss der Südtiroler Landtag intervenieren, da muss die Südtiroler Politik intervenieren. Fertig mit dem Gewurstle, seht ihr euch ganz besser.